Artenvielfalt bedeutet für mich Lebensqualität. Servus, ich bin Johannes, Johannes Mangerich vom Institut für Agrarökologie und Biodiversität aus Mannheim. Und für Alpgold unterstützen wir die Landwirte in der Umsetzung der Biodiversitätsmaßnahmen. Biodiversität ist unsere Lebensversicherung. Mithilfe eines möglichst großen Genpools kann sich unsere Umgebung und damit auch wir selbst auf zukünftige Veränderungen einstellen. Biodiversität ist für uns alle ein sehr wichtiger Dienstleister. Pflanzen sind Nahrungsmittel oder auch Zutaten für Arzneien. Ökosysteme sorgen für ausreichend Wasser und das passende Klima und bieten uns ganz nebenbei einen Lebensraum und Freizeitmöglichkeiten. Ackerwildkräuter haben eine große Bedeutung für die Biodiversität. Sie sind gebunden an den Lebensraum Acker und in den letzten Jahren, Jahrzehnten durch selten geworden. Sie sind aber auch gleichzeitig Grundlage für viele Insekten und für Vögel wie die Feldlärche, die darauf angewiesen sind. Die Intensivierung und Spezialisierung von Ackerbau und Tierhaltung haben dazu geführt, dass zahlreiche Lebensräume und Ökosysteme, die in den vergangenen Jahrhunderten durch die Landwirtschaft entstanden sind, mehr und mehr verloren gehen. Deshalb engagieren wir uns gemeinsam mit unseren Vertragslandwirten für mehr Artenvielfalt auf den Äckern. Zusammen mit Naturschutzfachleuten wie Johannes wurden Maßnahmen festgelegt, die Ackerwildkräuter, Insekten und Feldtiere fördern. Innerhalb von zwei Jahren wird getestet, wie gut die Maßnahmen für die Landwirte umsetzbar sind und wie sie sich auf die Artenvielfalt auswirken. Nach der Bewertung soll die Umsetzung bei allen Hartweizenlandwirten erfolgen. So werden spezifische Lebensräume und Nahrungsangebote, beispielsweise für Insekten und Vögel geschaffen, die das Überleben von Arten sichern, die für uns alle wichtig sind. Wie diese Maßnahmen genau aussehen, zeigen wir euch im nächsten Clip.